hallo und hallöchen hallo herzlich willkommen nach draußen schau mal was ich hier mal heute habe ein kleines shortplay mal gucken eine folge oder zwei je nachdem in die viel daumen hoch das gibt so wir gucken mal an dudel alchemie vielleicht kennt ihr ja alchemie alchemie ist ein spiel ein gratis tipp den brauchen wir nicht ich habe hier mal ein bisschen ein kleines bisschen vorbereitet ja ein miesen spiel in dem man dinge miteinander kombinieren muss um dabei neue elemente herauszukommen und das schöne ist du siehst hier dass ich gerade bisher auf blauen dunst hinaus drücke einfach nur weil ich wollte gerade mal zeigen wie das so geht und jetzt mit alkohol geht gerade nichts alkohol und energie alkohol und feuer molotov cocktail zum beispiel alkohol und erde auch nix und dampf und druck also mit alkohol wird erstmal nischt doch alkohol und wasser wird zu ein neues alkohol und wodka natürlich so können jetzt also herausfinden was wir zu hause so alles mischen könnten das weiß ich gar nicht ob wodka geht auch noch ich weiß nicht woran erkennt wann es nicht weitergehen wir haben hier also zb den himmel und welchen himmel mit wolken ausstatte das geht schon mal nicht kann ich aber den himmel mit einem vulkan eine asche wolke hätte jetzt kommen können der himmel und der see geht auch nicht es ist in den himmel zum beispiel luft rein gebe auch ein stampf na ach komm das ging bisher aber leichter himmel und wasser auch nicht himmel und druck zum beispiel auch nicht himmel und energie himmel und energie hätte jetzt das spiel ein gewitter werden können himmel und feuer gibt himmel und erde himmel und erde gibt auch nix okay nehmen wir das mal raus wir nehmen jetzt also mal feuer und wir gucken mal was zum beispiel zum feuer passt dampf nicht feuer und druck nicht feuer und wasser wird zu dampf aber dampf haben wir ja schon feuer und erde wird zu vulkan glaube ich haben wir auch schon feuer und lava bringt uns nicht weiter feuer und wasser auch nicht feuer und vulkan auch nicht feuer und geysir guck mal du siehst also dieses spiel ist hat es herzlichst toll super optimal um einfach überhaupt nicht voranzukommen mit irgendwas mir fehlt doch hier irgendwas grundlegendes noch guck mal erde und feuer haben wir schon probiert dann haben wir erde und luft jawohl da kommt ein staub kommt da staub kommt da staub kommt da und staub könnte man jetzt zum beispiel mit einer wolke mischen oder staub könnte man auch mit dem vulkan oder mit dem geysir oder mit dem himmel vielleicht mit dem geysir das kann man jetzt mit staub machen staub und staub mancher geht auch staub und staub zum beispiel staub und alkohol oder vielleicht staub und energie staub und staub und wasser vielleicht ja wohl da müsste schlamm oder so was rauskommen schmutz schmutz und wasser vielleicht schmutz und wasser noch mal ne schmutz und luft schmutzige luft schmutz und erde auch nicht energie in schmutz schmutz und feuer druck aussetzen bringt auch nichts ich dachte ja ich bin ein bisschen besser da ist ein bisschen schneller drin schmutz in den see schmeißen schmutz und schmutz schmutz und staub jeden tag einen gratis tipp schmutz und wodka das wird uns sprengen wodka und alkohol ist ein desinfektionsmittel rein theoretisch schmutz wir sie jetzt nicht gucken was wir noch haben haben wir vielleicht wasser und erde schon gemacht nein ein sumpf und haben wir wasser und feuer hatten wir schon wasser und erde wasser dampf und erde druck und erde schmutz und staub ne mit schmutz vielleicht ne sumpf und alkohol oder wodka auch nicht können wir sumpf und die rezepte sind so ein bisschen ähnlich so jetzt haben wir leben jetzt pass auf jetzt können wir rein theoretisch wasser wasser und leben müsste was haben wir da algen kommen jetzt haben wir jetzt haben wir leben jetzt nicht algen zum beispiel mit alkohol geht nicht mit wodka auch nicht aber jetzt können wir algen zum beispiel in den dumpf setzen und da kommen wir moos also schon pflanzen wenn ich zum beispiel moos auf die erde setze haben wir gras setzen wir mal gras auf die erde jetzt müssen wir viel blätter und das ist natürlich doof da kommt ein bäubchen vielleicht nein bambus bambus ist ja auch schon im baum da setzen wir auch noch mal bambus und bambus zusammen vielleicht ne das wird nichts bambus noch mal auf die erde ne bambus aber vielleicht in den sumpf setzen wir das mal in den sumpf ne wieder auch nicht bambus mit schmutz oder auch nicht staub oder so was auch machen wir mal staub und algen staub und gras wo sind jetzt die algen gewesen hier unten war das staub und algen auch nicht dann machen wir vielleicht die algen gucken wir mal was wir mit den algen so anfangen können im see hatten wir die schon im see sind die entstanden algen in einer wolke das wird nichts algen im wasser algen im feuer oh jod jetzt haben wir auch ein ach jetzt gucken wir mal an machen wir doch mal erde und jod kommen wir da auch vielleicht jetzt gucken wir mal was wir mit jod anfangen können das muss ja rein theoretisch mit irgendwie mit chemie es ist eine chemie es muss ja irgendein stoff raus kommen jod im feuer wird nichts jod in der luft atompilz jod und energie wird auch nichts jod und algen jod und bambus oder gras oder moos hätte mich auch gewundert hätte ich es mir jetzt nicht herleiten können so als erstes sofort jod und schmutz jod und staub hm du siehst also hier ne man kann auch einfach wahllos rumdrücken also die meisten sachen sind relativ logisch eigentlich jod und die grundelemente durch luft ist nicht wasser ist nicht dampf ist nicht energie auch nicht feuer hatten wir schon erde ja geht hier gar nichts dann gucken wir mal weiter mit mit leben was können wir mit leben noch anfangen leben können wir leben in einer wolke setzen im himmel vielleicht ein engel wäre doch was leben im vulkan leben im geysir leben im sumpf leben im sumpf leben im sumpf da haben wir ein bakterium jetzt geht es los bakterium bakterium das kann man jetzt überall hinsetzen denke ich ich meine mich zu erinnern dass ein bakterium wirklich überall wachsen kann ein plankton ich weiß nochmal wie geht das weiter ging das mit dem bakterium weiter wir gucken mal mit dem bakterium auf erde ja geht es auch ein regenwurm das ist jetzt schon ein haustier weiter bakterium ähm mit feuer ging nicht mit wasser hatten wir glaube ich jetzt schon ne mit dampf ich glaube mit staub müsste doch ja auch noch was gehen energie ist nicht bakterium leben auch nicht mit druck vielleicht ne aber ich würde sagen mit staub mit schmutz oder staub irgendwo fühlt sich doch das bakterium noch wohl würde ich jetzt mal meinen in lava auch nicht dann setzen wir plankton ein plankton probieren wir es mal mit plankton hier der regenwurm den lassen wir erstmal plankton also ich glaube mit jod wird es nichts ne war wohl relativ klar mit alkohol wird er höchstens sterben wahrscheinlich mit wodka das müsste man auch mal gucken ich glaube den tod gab es auch dann setzen wir nochmal plankton ins wasser ne das ist die luft gewesen hier ist wasser dann müsste schon der erste fisch eine qualle eine qualle jetzt haben wir also hier die wassersäuger wassersäuger ich bin ja auch das ist ja der hammer was ich hier so alles erzähle plankton im normalen wasser nicht im dampf auch nicht auf der erde vielleicht wohl haben wir dann einen einen arthropoda also ein krebs würde ich denken was ich mal denken soll das sein haben wir uns einen tipp verdient dann nehmen wir einen plankton mal mit ähm in den dampf jetzt feuer oder in die energie auch nicht plankton und leben vielleicht nochmal auch nicht guck gut jetzt noch mal plankton auf eine pflanze zum beispiel auf den bambus oder aufs gras geht alles nicht ok na dann gucken wir uns mal an was hier mit der qualle noch geht dann nehmen wir den plankton mal weg und setzen mal die qualle hin und dann gucken wir mal sagen wir mal die qualle soll im wasser oder in der luft qualle in der luft das wäre dann auch ganz schön cool qualle auf der erde qualle mit energie eine elektroqualle eben auch nicht eine qualle im see im himmel in einer wolke eine qualle im sumpf ok da ist ja auch nichts äh gucken wir mal da krebs setzen wir mal den krebs aufs land oder geben dem mal ein bisschen zunder krebs im wasser krebs mit leben krebs lebt ja schon dampf hm krebs im see was ist jetzt los hier will das alles nicht mehr krebs im himmel krebs im staub ach ach du da da krebs im sumpf gut dann sitzt man den krebs auch nochmal raus dann gucken wir uns mal den wurm an und gucken mal was der wurm zum beispiel in der erde macht da entsteht ein nein käfer alles klar nochmal wurm und ins feuer sitzen wir den das kann natürlich nichts werden ein zitteraal hätte da entstehen können ein dampf im wasser ein wurm im wasser eine wasserschlange vielleicht auch nicht wurm und leben hm wurm in der wolke wurm im himmel wurm im tier oder sumpf jawoll ein wurm im sumpf haben wir einen eine schlange hu 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 da kommen wir jetzt mal in einen einen käfer setzen wir mal den käfer auf die erde oder ins feuer ein feuerkäfer oder geben die im wasser ein wasserläufer hätte da entstehen können zum beispiel oder aber auch in den see oder in den himmel ein flugkäfer im schmutz eine milbe vielleicht auch nicht im staub im sumpf warum geht das denn alles nicht eine schlange ähm eine schlange eine schlange im wasser vielleicht na gut wir gehen mal noch den tipps nach gucken wir mal was wir für tipps haben ist ein tipp natürlich die zahl von tipps elf machen wir mal wasser ein stein da bin ich voll habe ich das nicht besser wasser und lava war das noch einen ein guck mal sand nehmen wir noch einen haben wir noch einen raus sumpf und sand ton du siehst das geht gut voran ne und dann nochmal energie und luft zum blitz na jetzt klappt es hätte ich auch drauf kommen können schade haben wir noch einen raus und dann plankton rein in den stein und da haben wir eine schale und damit beenden wir die aufnahme für heute das soviel zum shortplay wenn du lust hast lade dir doch alchemy runter probier ein bisschen aus es gibt ganz viel zu entdecken ich danke dir für heute fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ich dich woanders wieder sehe bis bald bleib mir schön gesund hau rein und tschüss